Treppen habe ich noch genug. 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 Ich brauche noch mal ein paar Treppen. Treppen habe ich noch genug. 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 Und damit es hier dann auch nicht zu dunkel wird, nehmen wir jetzt das Feuerzeug. Nehmen wir jetzt das Feuerzeug, machen dann dort und dort anstatt den hier. Und da wo jetzt die Fackeln draufstehen, sollen dann irgendwann diese blauen Laternen hin. Okay. 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 Und so zwischen zwei und drei da. Ja. Typisch Lena, würde ich an der Stelle mal behaupten. Okay. 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 Und da ist ein Lama. Ah, was ist hier alles reingelaufen in der Zeit, wo ich gebaut habe. Da ist noch ein Lama. Ich wollte doch nur einen Wegpunkt setzen. Neuer Eintrag. Portal 2. Okay. 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 Jetzt müssen wir Na, dafür hat sie es mir dann aber zu spät geschrieben Ja, super, man kommt hier oben raus Wirklich? Sie hat mir das hier um 1 Uhr geschrieben Jetzt möchte ich gerne mal durch das andere Portal gehen Alles dick hier Und dann würde ich auch sagen, machen wir schon Ende Dann kann ich mich auf meine Schwester vorbereiten Vielleicht noch einen Happen essen Und dann sehen wir uns heute Abend wieder bei Dvenariel, wer Lust hat Und ansonsten geht es bei mir auf dem Kanal übermorgen weiter Wahrscheinlich dann mit Paper Mario auf den Weg zu den 100% Schade, waren doch nicht weit genug auseinander Ah, jetzt will ich es wissen Minecraft, Fragezeichen Hugo, mach einen Satz draus, wenn du mir was schreibst Dann weißt du, dass ich ja mit einzelnen Worten nichts anfangen kann Ja, morgen bin ich Beschäftigt Untertitelung Ja, bitte Dafür gibt es wahrscheinlich übermorgen was Und Freitag gibt es auch noch was Ich habe keine Ahnung was Tina zockt Tina zockt das worauf sie Bock hat Genau wie ich Vielleicht Minecraft Vielleicht Elder Scrolls Vielleicht singt sie auch Oder vielleicht sitzt sie einfach nur da Und spielt sich am dicken Zeh Das musst du schon herausfinden Indem du heute Abend einfach mal Einschaltest Da ist noch ein Netapartal Das möchte ich aber gerade nicht Also ich vermute ganz stark Sie spielt sich heute am dicken Zeh Da Wirklich immer noch Ich glaube die muss ich mal alle neu connecten Dass jeder sein eigenes Portal kriegt So meine Jungs Und Mädels Für heute wird es Zeit Schicht zu machen Wenn ihr mich wieder sehen wollt Lasst noch schnell ein Follow da Wenn nicht Schade Dann wollt ihr mich halt nicht wieder sehen Wenn ihr schon Follow da gelassen habt Seid ihr eh meine Helden Und wir sehen uns dann Heute Abend wieder Bei Dvenariel Im Stream Als Ja Einrichtungsstück Du Hugo so genau Weiß ich das gar nicht So Bis heute Abend Tschüss 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 Tschüss